Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Es ist schön, dass ihr bei uns auf der YouTube-Seite gelandet seid. Einmal kommt ihr vielleicht von Mobile und interessiert euch für das Auto oder andersrum. Habt einfach bei Mobile bei YouTube geguckt und interessiert euch vielleicht für ein Audi A4. Dann schaut ihr mal bitte oben bei der Modellbezeichnung. Dort könnt ihr draufdrücken. Da werdet ihr zum Mobile weitergeleitet, zum Fahrzeug Exposé. Dort stehen alle Ausstattungs-Gimmicks, die der Kollege hier mitbringt, mit aufgelistet. Das bedeutet, in dem Video soll es vielmehr um den Zustand des Fahrzeuges gehen, als um die Ausstattung. Ich werde natürlich das eine oder andere Feature mal mit benennen. Gerade wenn wir jetzt hier davor stehen, können wir gerne schauen. Wir haben hier einen B-Scenon-Scheinwerfer. Das Ganze auch als Facelift ist vielleicht noch ein bisschen hübscher. Hier unten habt ihr so ein kleines Bullauge. Das bedeutet, dass der den Abstandsregeltempomat hat. Was in dem Baujahr, was jetzt in dem Fall 2014 ist, doch schon relativ selten war. Guckt euch das Auto vielleicht mal noch nicht ganz so genau an, weil das ist ein Neuankömmling bei uns. Das heißt, der ist noch nicht geputzt. Aber ich persönlich fand den sauber genug, um euch den sozusagen vorzustellen. Selbst der Innenraum ist gepflegt. Das kann man nicht anders sagen. Also dafür, dass wir hier nichts damit gemacht haben bis jetzt, steht er wirklich gut da. Aber wir haben eine eigene Aufbereitung hier bei uns auf dem Platz. Da wird er noch ordentlich sauber gemacht. Der wird für euch durch die Werkstatt gezogen. Bedeutet, die Kollegen drücken auf jeden Knopf. Die lesen den Fehlerspeicher aus. Die fahren es ausgiebig Probe. Einfach mit dem Ziel, dass ihr ein gutes Auto von uns bekommt. Und ja, wie gesagt, verschiedene Gimmicks wollte ich mal mit benennen. Was ich zum Beispiel wichtig finde, ist für die Musikliebhaber unter euch. Der hat ein Bang & Olus Soundsystem. Elektrisch anklappbare Spiegel, hinten getönte Scheiben, elektrische Heckklappe, Spurwechselassistent. Und sind wichtige Gimmicks, denke ich, die in dem Baujahr doch relativ selten vertreten war. Aber der Kollege bringt sie halt mit. Farbe ist, denke ich, I bis Weiß. Und hier hinten, wichtige Sache, Kollege mit der Kamera kann vielleicht mal hierher kommen. Dieses kleine Symbol steht für Quattro, für 4x4 und Audi hat es gefühlt erfunden. Von daher ein Auto für jede Lebenslage, das auch in die aktuelle Zeit so ein Stück weit mit reinpasst. Ihr habt ja nie einen riesen Hubraum, gerade bei den Spritpreisen, keine Ahnung, ist der 2 Liter Diesel einfach ein grundsolider Motor. Mit einem geringen Verbrauch, der auch solide ist. Heißt, das Ganze ist haltbar. Und das Schöne in einem weißen Audi-Kleid. Ich denke, hier macht man eigentlich nicht viel verkehrt. Wenn ihr vorbeikommen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Aber tut mir bitte den Gefallen, vereinbart einen Termin. Bedeutet, wir müssen dann einfach gucken, welchen zeitlichen Umfang das Ganze mit euch dann in Anspruch nimmt. Weil der eine will vielleicht ein Auto in Zahlung geben, eine Finanzierung rechnen oder optional eine gebrauchbare Garantie oder keine Ahnung, das ganze Auto gucken oder mal drunter gucken, ist alles bei uns im Prinzip möglich. Weil wir probieren das transparent als möglich für euch als Kunden zu machen, dass ihr wisst, was ihr hier kauft und dementsprechend dann einfach auch zufrieden seid. Das ist unsere oberste Priorität. Und wenn ich euer Interesse geweckt haben sollte, dann würde es mich freuen, von euch zu hören. Das heißt, ihr könnt uns anschreiben, anrufen und einfach einen Termin vereinbaren. Und dann sind wir unter der Woche 9 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr für euch da und stehen gern mit Rat und Tat zur Seite. Ich danke fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.